Willkommen zu unserem neuesten Video vom Automagazin TuningBlog. Heute dreht sich alles um die beeindruckenden Fahrzeuge der neuen Saison. Darunter der 2025 Sprite Exclusive, der Elegance Grande, der Challenger und natürlich der Sprite. Besonders im Fokus steht jedoch das britische Reisemobil-Highlight, der Sprite Quattro MB Exclusive, der mit Komfort und Innovation überzeugt und perfekt für eine sechsköpfige Familie geeignet ist. Reise- und Campingbegeisterte entscheiden sich zunehmend für komfortable, funktionsreiche Wohnmobile, die jede Reise zum Vergnügen machen. Hersteller wie die Swift Group, die bereits seit über sechs Jahrzehnten in der Freizeitfahrzeugbranche tätig ist, hören genau auf das Feedback ihrer Kunden und setzen kontinuierlich neue Maßstäbe in Sachen Innovation. Mit über 30 verschiedenen Wohnwagenmodellen verteilt auf sechs herausragende Serien, hat sich die Sprite-Reihe als besonders erfolgreich erwiesen. Für die Saison 2025 hat die Swift Group ihr Portfolio um die brandneue Sprite Exclusive-Serie erweitert, die luxuriöse Touren-Wohnwagen bietet und insbesondere erfahrenen Caravanern verbesserte Annehmlichkeiten liefert. Diese neue Serie baut auf dem Erbe der bereits beliebten Sprite-Reihe auf und bietet noch mehr Wert für das Geld mit hochwertigen Ausstattungen und verfeinerten Oberflächen für mehr Komfort und Stil. Die neue Exclusive-Linie zeigt die Vielfalt, die der Hersteller bietet, mit nicht weniger als zwölf verfügbaren Layouts, die von zwei bis sechs Schlafplätzen reichen. Besonders hervorzuheben ist der Quattro MB Exclusive, ein Modell mit sechs Schlafplätzen, das speziell dafür entwickelt wurde, reiselustigen Familien den perfekten Begleiter auf ihren Abenteuern zu bieten. Der Swift Sprite Quattro MB Exclusive ist ein zweiachsiger Reiseanhänger mit einem eleganten Design, einem geräumigen Innenraum und allen modernen Annehmlichkeiten, die man für lustige und komfortable Familienabenteuer benötigt. Besonders auffällig ist das brandneue Layout in der Sprite-Reihe, das den vorhandenen Innenraum optimal nutzt. Es bietet eine großzügige L-förmige Lounge im vorderen Bereich, ein zentrales Esszimmer, das sich in ein Bett verwandeln lässt, ein mittleres, quer verlaufendes Badezimmer und ein fest installiertes französisches Bett im hinteren Bereich. Der Reiseanhänger misst acht Meter in der Länge und 2,25 Meter in der Breite. Die Karosserie besteht vollständig aus Glasfaser-verstärktem Kunststoff GRP, einschließlich der Außen- und Innenwände, des Dachs und des Unterbodens und wird mit einer zehnjährigen Integritätsgarantie ausgeliefert. Das Hauptgerüst besteht aus Polyurethanblöcken anstelle von traditionellem Holz. Das einzige verwendete Holz ist eine stark eingebettete Sperrholzschicht im Bodenbereich, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Das Äußere des Wohnwagens präsentiert sich schlank und modern mit einem ansprechenden grauen Finish und exklusiven Grafiken. Ergänzt wird das Design durch schwarze, diamant geschnittene Edge-Aluminium-Räder und verkromte Handgriffe. Zu den besonderen Außenfeatures zählen ein 120-Watt-Solarpanel, das Ailco Trailer Control Bremssystem, eine 230-Volt-Stromsteckdose und ein externer Grillanschluss, der das Campingerlebnis zusätzlich aufwertet. Beim Betreten des Wohnwagens fällt sofort das durchdachte, moderne Design auf, das eine anspruchsvolle Atmosphäre schafft. Dies wird durch das hochwertige Mykonos-Stoffschema in Champagner- und Tiefblautönen, stilvolle Wandpaneele und plässierte Jalousien unterstrichen. Ein großes Dachfenster, großzügige Verglasungen im Wohnbereich und ein Fenster in der Eingangstür lassen reichlich Tageslicht herein, während die indirekte Beleuchtung im Lounge-Bereich eine warme und einladende Stimmung erzeugt. Die High-End-Ausstattung umfasst moderne Annehmlichkeiten wie ein 4-Zoll-LCD-Touchscreen-Panel zur Überwachung und Steuerung der Bordsysteme, eine kabellose Ladestation und ein Wi-Fi-Stecker-Harness, die das hohe Ausstattungsniveau dieses Wohnwagens unterstreichen. Die L-förmige Lounge, kombiniert mit dem S-Bereich auf der gegenüberliegenden Seite, bietet ausreichend Platz für die gesamte Familie, um gemütlich zusammenzusitzen und zu essen. Der Lounge-Bereich verfügt außerdem über einen freistehenden Tisch, der bei Bedarf entfernt und in einem speziell dafür vorgesehenen Stauraum verstaut werden kann. Zusätzliche Oberschränke auf beiden Seiten bieten viel Platz für persönliche Gegenstände und sorgen für Ordnung im Wohnwagen. Die Küche ist kompakt, bietet jedoch ausreichend Stauraum und eine Arbeitsplattenverlängerung, die den verfügbaren Platz effektiv erweitert. Sie ist bestens ausgestattet für die Zubereitung von Familienmahlzeiten. Ein dreiflammiger Gasherd mit elektrischem Kochfeld, ein Tedford Thermostatofen mit Grill und eine Flachbettenmikrowelle gehören zur Standardausstattung. Zusätzlich verfügt der Wohnwagen über einen 142 Liter Tedford Kühlschrank mit Gefrierfach, der genügend Platz für Lebensmittel bietet. Im hinteren Bereich dieses mobilen Zuhauses befindet sich das Badezimmer, das sich über die gesamte Breite des Anhängers erstreckt. Es ist in eine Duschkabine mit einem wassersparenden EcoCaml Duschkopf auf der einen Seite und einen separaten Toilettenraum auf der anderen Seite aufgeteilt. Der Toilettenbereich bietet eine drehbare Toilettenschüssel, ein kleines Waschbecken und ein Dachfenster zur Belüftung. Die Wände im Duschbereich haben einen marmorähnlichen Effekt und die Armaturen in Chromoptik verleihen dem Badezimmer einen luxuriösen Touch. Zusätzliche Details wie Kleiderhaken, Handtuchhalter und Regale für Toilettenartikel sorgen für praktischen Komfort. Der Sprite Quattro MB bietet Schlafmöglichkeiten für bis zu sechs Personen. Das hintere Schlafzimmer verfügt über ein bequemes französisches Bett mit den Maßen 200 Zentimeter mal 136 Zentimeter und einer hochwertigen Duvalet-Matratze. Der Essbereich im vorderen Bereich kann in ein Bett mit den Maßen 203 Zentimeter mal 127 Zentimeter umgewandelt werden. Zusätzlich lässt sich das seitliche Esszimmer in Etagenbetten umbauen, was zwei weitere Schlafplätze schafft. Das fest installierte Bett im hinteren Schlafzimmer bietet viel Stauraum darunter, der von innen und außen über eine spezielle Luke zugänglich ist. Zwei der Schlafzimmerwände sind außerdem mit Oberschränken ausgestattet, die zusätzlichen Stauraum für persönliche Gegenstände bieten. Die Sprite Exclusive Modellreihe von Swift für das Jahr 2025 ist exklusiv bei ausgewählten Händlern im Vereinigten Königreich erhältlich. Der Sprite Quattro MB Exclusive startet bei einem Preis von etwa 34.500 Euro. Waren die Infos zum Sprite Quattro MB Exclusive hilfreich? Dann lass bitte ein Abo da! Waren die Infos zum Sprite Marse ausgewählte webcam. Untertitelung des ZDF, 2020